Ja, hallo Leute, hier ist wieder PrimeLP, heute mal mit einer wichtigen Nachricht und zwar gibt es bei mir wieder ein Gewinnspiel. Ihr könnt wieder eine 20 Euro Playstation Network Card gewinnen und diesmal gibt es auch für den zweiten Platz einen Preis und zwar eine 5 Euro Playstation Network Card. Und wie ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen könnt, wenn ihr das wollt und was ihr machen müsst um zu gewinnen, das erzähle ich euch jetzt. Und zwar habe ich mir einen neuen Kanal erstellt, weil es auf meinem jetzigen Kanal, PrimeLP, erstmal nicht mehr weitergeht. Es ist mal Zeit für was Neues und deswegen halt dieser neue Kanal. Auf dem wird es längere Videos, coolere Let's Plays, neue Trailer, mehr Commentary, Gewinnspiele natürlich auch. Und alles was ihr euch so an geiler Unterhaltung vorstellen könnt, wird dort vorkommen. Zum Beispiel werde ich The Witcher 3 let's playen, Batman Arkham Knight und The Elder Scrolls Online. Das neue Black Ops 3, wenn es dann rauskommt. Dauert noch ein bisschen, aber wird trotzdem cool. Das könnt ihr alles bei mir dann erleben. Auch immer neue Trailer, wenn es coole neue Spiele gibt. Es wird News geben und das wird auf jeden Fall richtig geil. Es wird auch öfter Korob Gameplays geben. Dann könnt ihr mit mir zusammenzocken, wenn ihr das wollt, einfach anschreiben. Das wird schon klappen. Ja, nun zum Gewinnspiel, wie ihr daran teilnehmen könnt und wie ihr gewinnen könnt. Dazu müsst ihr mich auf meinem neuen Kanal abonnieren. Den verlinke ich in diesem Video, damit ihr den auch findet. Dann müsst ihr in das Video auf meinem neuen Kanal, wo heute Gewinnspiel drüber steht, müsst ihr unten in die Kommentare schreiben, dass ihr dabei sein wollt und warum. Ja, und dann seid ihr schon dabei. Dann gibt es nächste Woche, am Sonntag, auch schon die Auslosung. Wo dann halt der erste Platz 20 Euro gewinnt und der zweite Platz 5 Euro. Ich hoffe natürlich, das gefällt euch und wenn ihr meinen neuen Kanal gut findet und auch die Sachen, die es dort geben wird, dann schreibt mir das gerne. Ich freue mich darüber. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt da auf. Dafür bin ich auch immer zu haben. Ja, das war's erstmal und wir sehen uns auf meinem neuen Kanal.